Jo Leute, was geht's und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie man schwer erkennen kann, sitze ich wieder vorm PC. Spiele W.O.W. Und ich dachte mir, für das heutige Video zeige ich euch, wie ihr ein fast, in Anführungsstrichen, fast perfektes Mastering hinbekommt. Und zwar gibt es ein Plugin, was ich euch heute zeigen will. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt, aber heute will ich mal ein bisschen spezieller drauf eingehen. Deswegen will ich euch zeigen, wie ihr eigentlich mit diesem Plugin, das bedeutet, mit einem Klick euer Mastering fertig machen könnt. Sagt man das so? Oder euer Mastering hinbekommen könnt. Ich habe nämlich schon FL Studio offen und ich zeige euch das an einem Secret Project, also an einem noch nicht veröffentlichten Projekt. Es wird jetzt auch die Tage fertig gemacht. Bevor wir jetzt aber zu diesem Plugin kommen, wundert euch nicht, ich werde jetzt zwei, drei Videos am Stück aufnehmen, weil ich gerade voll Bock habe und ich habe gerade viele Ideen, was ich so als Video bringen kann. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich in den nächsten zwei, drei Videos das gleiche anhabe. Außer ich ziehe mich jetzt schnell um, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen, ich würde sagen, Leute, ich zeige euch heute das magische und beste Mastering Plugin, was es eigentlich zurzeit so auf dem Markt gibt. Wie gesagt, das ist wieder meine Meinung. Jeder hat eine andere Meinung. Wenn ihr was Besseres kennt oder mit einem anderen Plugin arbeitet, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir switchen jetzt in FL Studio, in das unbekannte Projekt. Ja, okay, so unbekannt ist es nicht, weil ich habe das vor kurzem auch in meiner Insta-Story veröffentlicht. Deswegen würde ich sagen, ich switche jetzt mal rein. Wir hören mal kurz rein. Ich werde dieses Projekt auch dafür hernehmen, weil ich so viele Anfragen bekommen habe, ob ich jetzt nicht mal von A bis Z alles zeigen kann, wie ein Remix aufgebaut ist, was man da beachten muss, was man einfügen muss, was man cutten muss und so weiter. Und ich werde euch so eine Playlist, was ich eigentlich schon so lange geplant habe, daraus machen. Das heißt Intro, Drop, Kick, Bass, also alles, was ich so in meinem Remix eingebaut habe, werde ich euch in mehreren Videos zeigen. Ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, wie ich ein Intro von einem Remix mache. Aber ich dachte mir, komm, wir machen jetzt mal eine Playlist und ich packe euch da alles ein von A bis Z. Es wird zwar ein bisschen viel Arbeit sein, um das alles euch einigermaßen gut zu erklären, aber heute geht es nicht darum, sondern heute geht es ums Mastering. Und ich würde sagen, Leute, ich habe jetzt wieder vier Minuten gequatscht. Wir switchen in FL Studio. Los geht's. So, FL Studio angekommen. Wenn Fragen da sind, wenn ihr irgendwas wissen wollt über FL Studio, von irgendwelchen Einstellungen oder so, könnt mir das auch jederzeit unten in die Kommentare schreiben. Aber darauf will ich jetzt heute gar nicht eingehen, sondern ich zeige euch heute das magische Mastering-Plugin. Ihr wisst ja, Leute, ich tue mir selber noch schwer ein bisschen beim Mastering und beim Mixing. Das liegt halt daran, weil ich habe das nicht gelernt. Also man kann es ja auch studieren, soweit ich weiß. Ich mache das oder ich habe mir das alles selber beigebracht. Und da hakelt es noch bei mir ein bisschen, dass ich das richtige Mastering bzw. Mixing hinbekomme. Und dieses Plugin, und zwar Ozone 8, also Isotope Ozone 8, ist jetzt eigentlich ziemlich neu auf dem Markt. Und das erleichtert mir so viel die Arbeit vom Mastering. Natürlich müsst ihr das Mixing auch sehr gut hinbekommen, damit das Mastering auch Sinn macht. Und ich wollte mit euch mal näher darauf eingehen, was man damit machen kann, wie das funktioniert. Das Problem ist nur, ich habe festgestellt, dieses Plugin zerberstet ungefähr gerade meine CPU von meinem PC. Da habe ich nämlich auch lange gesucht. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel was abspielt, ich spiele euch jetzt mal kurz das Intro ab, dann werdet ihr sehen, diese Nadel hier bzw. diese Play, wie sagt man da, ja dieser Zeiger sozusagen von FL Studio wird immer versetzt abgespielt. Das heißt, ich habe jetzt hier die Kick, aber hier wird sie erst sozusagen über meine Kopfhörer oder über meine Boxen abgespielt. Und es liegt daran, dass Isotope so viel CPU braucht bzw. eure CPU vom PC belastet. Ich habe ja einen Oldschool-PC, FL Studio läuft ohne Probleme, bloß wenn ich dieses Plugin reinlade, dann merke ich einfach, dass meine CPU an ihre Grenzen kommt. Und ich habe echt in Google alles gesucht, was kann man da machen. Man kann die Verzögerung umstellen und so weiter, aber ich habe nie eine richtige Lösung gefunden. Wenn ihr euch auch schon immer gefragt habt, an was kann es liegen, dass es immer verzögert abgespielt wird, Leute, es liegt an den Effekten. Umso mehr Effekte ihr draufgeladen habt auf eurem Channel, auf euer Mastering-Channel. Ja, packt es eure CPU nicht, wenn ihr genauso einen schlechten PC habt wie ich. Und jetzt höre ich auf zu reden, Leute, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu diesem Mastering-Plugin. Ich spiele jetzt mal kurz das Intro ab und... Ja. Hier könnt ihr das dann sehen, dass es verzögert abspielt. Ich zoome auch nochmal rein. Jetzt. Viel zu spät. Jetzt. Genau, also das war jetzt mein Intro. Wie gesagt, so eine Playlist wird kommen aus diesem Remix. Und zwar habe ich jetzt hier schon das Plugin angewendet. Das heißt, ich muss mal ganz kurz in Google. Und zwar, um dieses Mastering-Plugin zu bekommen, müsst ihr einfach in Google nur iZotope eingeben. Hier wird euch schon Ozone vorgeschlagen. Ich packe euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung. Dann geht es hier, ihr könnt sogar auf Thoman gehen. Da habe ich das damals gekauft. Das war im Angebot für 99 Euro. Es gibt natürlich mehrere Versionen von iZotope. Ich suche euch das Richtige aus und packe es euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr euch das bestellt habt, bekommt ihr einen E-Mail-Link. Da könnt ihr euch das runterladen. Und fügt es einfach in FL Studio rein. Die, die sie nicht wissen, wie das funktioniert, ihr geht einfach dann hier auf Optionen. War das Optionen? Ne, ich meine, ihr müsst auf Add gehen. Dann More Plugins. Dann geht es hier unten auf Manage Plugins. Und dann sucht ihr hier einfach, beziehungsweise macht es erstmal ein Scan. Hier oben links, Start Scan. Dann wird hier irgendwo iZotope, wie bei mir hier unten zum Beispiel angezeigt. Drückt hier den Haken an und ihr habt sozusagen iZotope Ozone 8 in eurem Channel. Beziehungsweise ihr könnt es dann auswählen. Bei mir ist es zum Beispiel hier unten Ozone 8. Ich habe auch noch Ozone 7. Damit habe ich früher gearbeitet. Ich mache jetzt mal kurz das Mastering Plugin an und aus und spiele euch dabei den Track ab. Dann werdet ihr den Unterschied merken, was dieses Plugin alles gemacht hat. So, also ich habe es jetzt aus. Und ich hoffe, das packt jetzt mein PC. Jetzt mache ich an. Aus. An. Also ihr habt es wahrscheinlich jetzt gehört, dass der Song viel fülliger geworden ist, wenn ich iZotope, also Ozone 8 aktiviert habe. Wenn ich es ausgestellt habe, hat es sich so viel zu satt angehört. Und Ozone ist halt einfach ein Mastering Plugin. Man kann es auch für das Mixing benutzen, aber rein theoretisch. Beziehungsweise eigentlich haben die, die das Plugin entwickelt haben, gesagt, das ist eigentlich ein reines Mastering Plugin. Und zwar wie das Ganze funktioniert, ist ganz simpel. Ich werde es jetzt nochmal rauslöschen. Und zwar gehe ich jetzt auf Replace None. So, jetzt habe ich es draußen. Jetzt lade ich es für euch nochmal kurz rein. Und zwar geht es hier unten einfach auf Ozone. Natürlich wird es bei euch irgendwo anders sein. Ich habe ganz schön viele Effekte. Sehe ich gerade. Muss ich auch mal wieder ausmisten. Auf jeden Fall gehen wir auf Ozone 8. Dann dauert es bei mir zumindest ein bisschen länger, weil meine CPU halt das nicht so packt. So. So sieht das Ganze aus. Ich weiß, es sieht echt kompliziert aus. Und ihr wisst auch mittlerweile, dass ich auch kein Profi bin, sondern das alles hobbymäßig mache und mir das alles selber beigebracht habe. Und jetzt gibt es einen einfachen Trick, was ich so, so geil finde, was die Entwickler da eingebaut haben. Und zwar, jetzt muss ich nochmal schauen. Ich mache jetzt hier mal, ich schließe das jetzt nochmal ganz kurz. Das hier auch. Ich suche mir von dem Remix oder von dem Song, egal was ihr jetzt gemacht habt, den lautesten Part. Normalerweise wäre das jetzt hier beim Drop, aber ich zeige euch das jetzt mal in dem Intro. Und zwar, sagen wir mal, hier geht die Kick richtig gut ab. Ich spiele es nochmal kurz ab, ohne den Mastering Plugin. Also man merkt schon die Kick und sowas. Und dann geht es hier einfach auf Ozone 8. Hallo, jetzt. Genau, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das ist wirklich so, so geil. Ihr geht hier oben auf Master Assistent. So, jetzt habt ihr drei Möglichkeiten. Entweder für Streaming, also so nennen die das, CD. Das heißt, ihr könnt einstellen, wie soll es auf der CD sich anhören. Beziehungsweise das Plugin sucht sich halt die beste Einstellung dann raus. Oder Referenz benutze ich nicht, CD benutze ich auch nicht, sondern wir bleiben jetzt heute nur beim Streaming. Und zwar geht es ja, wie gesagt, auf Streaming. Drückt es auf Next. Und zwar steht jetzt hier Waiting for you to play audio. Das heißt, ihr spielt jetzt den Part ab, wo ihr markiert habt. Und der analysiert gerade das Audio. Kick ist schon da. So, es dauert halt immer ein bisschen. So, jetzt sagt Ozone mir, er hat jetzt die besten Einstellungen getroffen für diesen Remix, für diesen Song. Dann geht es ja einfach auf Accept. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er hier so reingeballert hat. So, er hat uns hier einen Equalizer eingebaut. Dynamics hat er ausgemacht. Und nochmal einen Equalizer, also einen Dynamic Equalizer und einen Maximizer. Bei mir ist es halt einfach so, ich kenne mich echt viel zu wenig aus. Also ich weiß, wie man eine Kick und sowas einbaut oder wo man Sample-Packs bekommt. Aber was ein Maximizer und sowas kann, weiß ich jetzt nicht zu 100%. Zum Beispiel beim Equalizer weiß ich, welche Funktionen hat der, was man damit machen kann, Höhen und Tiefen und sowas. Aber hier die ganzen Einstellungen, was man hier regeln kann, habe ich echt viel zu wenig Ahnung. Und ich habe auch keine Zeit, mir das so richtig beizubringen, obwohl es eigentlich der falsche Weg ist. Aber dafür hat Ozone, beziehungsweise die Hersteller, die das Plug-in entwickelt haben, haben diese Funktion eingefügt, um Leuten, die es nur hobbymäßig machen oder sich nicht auskennen, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und rein theoretisch könnt ihr, wie gesagt, mit einem Klick euer Mastering fertig machen. Ich mache auf dem Mastering-Channel noch ein paar andere Sachen, wie einen zusätzlichen Equalizer. Den baue ich immer rein mit dem Preset von 30 Hz auf 18 Hz. Cutte ich runter, dann einen Sausage-Fatner baue ich immer ein. Das habe ich mir halt alles durch andere Produzenten abgeschaut und habe selber mal ein bisschen rumprobiert, was macht der überhaupt, wie funktioniert das und so. Aber wie gesagt, bei Ozone hat man so viele Möglichkeiten und ich verlasse mich einfach zum größten Teil natürlich auf diese Funktion. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Ballert nicht 10.000 Effekte rein und dreht irgendwo rum, sondern seid euch bewusst, was ihr benutzen wollt, für welche Funktion das da sein soll. Und schaut gerne mal bei anderen Produzenten vorbei, die geben auch ab und zu mal Tipps, wie sie ihr Mastering geben. Jeder soll aber selber seine eigene Einstellung treffen, sage ich mal, wie man seinen Remix mixen und mastern soll. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen wieder. Ich konnte euch das Plugin... Alter, meine CPU, die kackt ja richtig ab. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen, was hier so abgeht in Ozone und ich finde es halt mega geil für Anfänger, wie zum Beispiel für mich, für einen Hobbyproduzenten, dass ich einfach die Möglichkeit habe, beziehungsweise Ozone mir die Möglichkeit gibt, ein Mastering mit einem Klick zu erstellen. Und ja, wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet oder selber mit Ozone arbeitet und irgendwelche anderen Funktionen noch kennt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und genau, ich werde jetzt gleich das nächste Video noch abdrehen. Das wird mal wieder eine Reaction. Und dann werde ich mich die Woche noch dran setzen, für euch endlich eine Playlist zu erstellen, um euch zu zeigen, wie ich einen Remix mache. Aber wie gesagt, Leute, ich bin kein Profi. Ich mache dasselbe nur Hobby-mäßig. Ob die Cake perfekt ist oder nicht. Ja, ist halt meine Meinung. Ich mache sie so, wie sie mir gefällt. Ich bin, wie gesagt, kein Profi. Ich habe mir das selber beigebracht. Und ich versuche halt, mein Wissen, was ich weiß, an euch weiterzugeben. Und ich habe jetzt die letzten Tage auch wieder so viele Tipps bekommen. Und da bin ich euch echt sehr dankbar. Und jetzt melde ich mich ab, Leute, weil mein Akku ist bald leer und ich muss jetzt noch ein Video aufnehmen. Haut rein, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Habe ich eigentlich gesagt, dass wir schon 700 Abonnenten sind. Alter, das ist so ultra nice, Mann. Wir gehen jetzt langsam road to 1000 Abonnenten. Das ist mein Ziel dieses Jahr. Und jetzt haut rein, Leute. Macht Musik. Schickt mir eure Remixe, eure Songs, was weiß ich, auf Instagram. So, jetzt melde ich mich ab. Bis dann, Leute. Haut rein. Und ciao.